Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Es ist lang her, sogar sehr lang her, schon mehrere Monate, schon ein halbes Jahr. Und ja, jetzt mach ich's wieder. Kommt ganz drauf an, ob ihr Ministry mehr mögt als Minecraft. Ja, wenn Ministry heute, heute am Dienstag 15 Likes hat, dann werde ich Minecraft erstmal wieder pausieren. Ansonsten kommt wieder Minecraft im Wochentakt, würde ich mal sagen, keine Ahnung. Je nachdem, wie viele Ideen ich für Redstone Mechanics bekomme. Aber, äh, ja, fangen wir einfach mal an. Und zwar damit. Eine 303 Tür, die recht kompakt ist, wenn ich mal kurz hier so, so und so und, und, ja. Die Tür funktioniert genauso gut, wie die, die ich schon vor ein paar Monaten gezeigt hab. In etwa da, wo ich aufgehört hab mit Minecraft. Ähm, die Tür war allerdings fünf Blöcke breit. Und wenn wir mal hier durchgehen, ihr seht, die ist nur einen Block breit. Die Tür ist einfach nur einen Block breit. Ja, ähm, deshalb auch so eine kleine Baufläche hier. Und, äh, wie man die baut, zeige ich euch gleich nach dem Intro. So, hier haben wir das gute Stück. Ist wirklich nur einen Block breit. Das heißt, man kann, äh, eine Tür bauen, Block freilassen, Tür bauen, Block freilassen, Tür bauen. Das heißt, auf der alten Tür, die fünf Blöcke breit war, könnte man einfach drei von diesen direkt hintereinander machen. Und so eine riesige Bunkertür bauen. So eine dreifach verstärkte Bunkertür. Ähm, zudem gibt's noch einen Vorteil. Vorher musste dieser Block hier, genau der da, ein solider Block sein. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Alle neuen Blöcke können nicht, äh, müssen nicht solide sein. Also sie können jegliche Form haben. Es können Stufen sein, Treppen sein. Sie können auch aus Glas sein, obwohl ich euch das nicht empfehle. Weil das schon recht hässlich ist. Ja, also. Ich hab hier so einen kleinen Konstruktionsblock hingepackt, damit ich euch zeigen kann, wie groß das Ding eigentlich ist. Und keine Sorge, ich hab hier auch nichts abgeschnitten. Dann gucken wir mal rein. Und da seht ihr die Größe. X ist 1, also ein Block breit. Y ist 10, genauso hoch wie die alte Tür. Und Z ist auch 10, das heißt, von der Breite hier auch 10 Blöcke. Ich glaub, das ist sogar ein Block breiter als die alte Tür, das hier. Ähm, ich wusste nicht ganz, wie ich das hier machen könnte. Ich brauchte hier nämlich eine Invertierung. Aber, naja. Gut, dann haben wir hier den Hebel. Ähm, wenn man den Hebel drückt, wird dieses Redstone-Signal aktiviert. Dieser Verstärker, dieser Kolben wird gepowert. Vorher noch wird dieses Redstone gepowert. Dieser Observer wird gepowert. Der untere Piston wird gepowert. Das führt dazu, dass der Kolben diesen Kolben hochhebt. Und damit auch diesen Block hochhebt. Zieht den dann anschließend wieder zurück. Ist ja nur ein Beobachter. Dann wird, ähm, dann wird dieser hier gepowert. Oder? Moment, ich weiß selber nicht. Ah ne, dann wird dieser Kolben hier gepowert. Mit, mit diesen zwei Redstone-Fackeln hier und dem Verstärker. Und zu guter Letzt wird dieser Kolben hier gepowert. Ja, wenn wir dann weiter nach oben gehen, wird's immer inkomplizierter. Hier einfach nur eine Redstone-Line hier runterführt. Und ganz knapp, ich glaub mit einer Signalstärke von 2, hier unten ankommt. Und eine Redstone-Fackel invertiert das Ganze. Das hier ist alles wieder der Rückholmechanismus. Wenn man den mal drückt, seht ihr, der Kolben geht runter. Man verliert das alles einmal. Und die anderen sind die Kolben-Effizienter. Damit man den Kolben hier in drei Drücken eingebaut. Und, äh, ja, das ist das Ganze schon. Einfach mal draufdrücken. Das Ding funktioniert ganz schön schnell. Äh, ist natürlich sehr viel, sehr viel schmaler. Nur einen Block breit. Ich hab das auch nirgendwo kopiert. Ich hab das einfach selber gemacht. Und, äh, hier haben wir jetzt die Materialien. Also wir brauchen ein Hebel. 19 Redstone. 3 Fackeln. 3 Verstärker. Ein Vergleicher. 11 Kolben. 3 Beobachter. 5 Glas. 9 Türblöcke. Und 15 Baublöcke. So, das Glas tauschen wir mal kurz aus gegen die Baublöcke. Wir haben nämlich nicht genug Platz und wir brauchen noch ein bisschen Platz. So, dann machen wir mal kurz den Konstruktionsblock weg. Ihr habt das ja gesehen, wie groß das Ding ist. Und dann fange ich hier mit dem Block an. Wo zwei Blöcke rum. Und ein Glasblock drauf. Dann hier am oberen Kolben zwei Blöcke, drei Blöcke zur Seite. Ein Block hoch. Und auf der anderen Seite auch. Und auf der anderen Seite auch. Dann kommen die Blöcke an die Kolben. Und oben drauf zwei Kolben. Und dann auf der anderen Seite nochmal zwei Kolben. Dann können wir die Blöcke schon wieder weg. So, dann schnappen wir uns wieder unsere Baublöcke. Gehen drei Blöcke nach oben. Ein Block zur Seite. Und platzieren von unten drei. Da sind wir wieder Kolben dran. Und können die Blöcke wieder wegmachen. Brauchen wir ja noch nicht. So, jetzt können wir an jedem Kolbenkorb Türblöcke platzieren. Neun Stück insgesamt. Und jetzt können wir das auch wieder austauschen. Gut, jetzt haben wir erstmal das Grund gerüst. Und jetzt würde ich erstmal vielleicht mit der Redstone-Linie hier anfangen. Die ist recht einfach aufgebaut. Hier einfach ein Block. Redstone drauf. Noch ein Block. Aber Redstone drauf. Bei Glasblöcke. Dadurch haben wir so eine kleine Brücke erschaffen. Dann kommen hier noch mehr Redstone-Staub drauf. Oben drauf. Hier wieder ein Block. Redstone, Redstone. Glas, Glas. Redstone, Redstone. Genau gleich aufgebaut. Genau gleiche Seite. Dann wieder hier ein Block. Und wieder Redstone drauf. So, die Fackel können wir auch schon dran machen. Und den Teil machen wir danach. Erstmal wollen wir ja die Verteilung der Blöcke. Gut, dann machen wir hier mal zwei Blöcke hin. Machen unseren Hebel dran. Unseren einzigen Hebel. Wir packen einen Redstone drauf, einen Redstone drunter, noch einen Redstone schräg daneben. Block, Fackel, Block und noch eine Fackel. Dann an die Fackel noch einen Block dran. Oder an den Block von oberen Fackel ein Block dran. Und ein Verstärker auf vierter Stufe. Dann hier noch einen Verstärker auf vierter Stufe. Beide auf vierter Stufe. Das ist wichtig, sonst kann die Tür kaputt gehen. Dann hier unten noch einen Beobachter rein. Damit der untere Kolben auch gepowert werden kann. So, jetzt haben wir eigentlich die ganze Schließung der Tür schon fertig. Jetzt müssen wir es nur noch öffnen lassen. Und zwar brauchen wir dazu einen Doppelkolben-Extender, der dann den Block von der Mitte runterholt. Und da bauen wir mal schnell ein. Und zwar so. Moment. Verstärker auf zweite Stufe. Block. Beobachter. Block. Block. So, dann an den unteren Block ein Glas dran. Redstone dran. Redstone. Und Redstone. Das ist unser Doppelkolben-Extender. Jetzt wollen wir aber ein etwas längeres Signal, weil das Signal vom Beobachter nicht lang ist. genug ist. Deshalb packen wir einen kleinen Kondensator da so noch mit rein. Vom Kondensator braucht man halt nur einen Vergleicher und eine Redstone-Linie, die drumherum geht. So, jetzt fehlt nur noch ein Kolben, der mich direkt anspringt. Und noch einen Beobachter. Ja, das war's auch schon. Wenn wir jetzt den hier bedrücken, klappt alles perfekt. Das ging auch sehr viel schneller als das vorherige Tutorial. Da hab ich 20 Minuten gebraucht und hab's nicht kapiert. Jetzt sind wir hier schon in 8 Minuten fertig. Und wir haben's geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wenn Ministry nicht hinhaut, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss.